Weiter machen wir mit dem Kinderkraft Grand. Mit dieser überarbeiteten Version seines Grand besetzt Kinderkraft das Segment der Kinderwagen mit integrierter Liegefunktion. Das Stahlgestell macht einen robusten Eindruck, die Textilteile sind aus pflegeleichtem, abriebfestem Polyester und für die Räder wurde EVA-Schaum verwendet. Damit kommt der Kinderwagen auf ein Gesamtgewicht von knapp 10 kg. Leicht und besonders wendig sind die Räder dieses Kinderwagen ein Pluspunkt für den Familieneinkauf in den engen Gängen des Supermarkts. Auch in Sachen Sicherheit hat Kinderkraft seine Hausaufgaben gemacht. Der obligatorische 5-Punkt-Sicherheitsgurt wird mit einem Schutzpolster geliefert. Der Schutz- und Haltebügel ist mit Kunstleder gefüttert und abnehmbar. Als zusätzliche Sicherheit hat der Hersteller einen zusätzlichen Schrittgurt verbaut. Die Hinterräder können mit einer Zentralbremse festgestellt werden. Der Kinderwagen kann mit einer Hand auseinander und wieder zusammengeklappt werden. Die Rückenlehne ist stufenlos verstellbar, wobei der Junior im Buggy sitzen bleiben kann, während Lehne und Fußstütze angepasst werden. Gebaut ist der Buggy für Kinder bis zu einem Körpergewicht von 15 kg. Zum Lieferumfang gehören unter anderem eine Regenfolie, ein Getränkehalter sowie ein Beinschlafsack für Ausflüge an kühleren Tagen.